Ja, auf Musik. Wir celebren das. Oh shit, Crush 40. Tomoya Atani, auch legend. Und andere. Das ist gut. Scheiße, Tokio 2022, ich hab gar keiner. Wen juckt denn das bitte? Ok, jetzt kommt bestimmt was krasses. Wen juckt das? Digga, es ist einfach Nintendo Direct Sonic Star. WTF? Und mit jetzt interessiert mich gar nichts. Zeig doch jetzt neue Spiele bitte. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Ja, aber... Das ist okay. Hä? Sieht das auf dem Fernsehen nur so aus, als wäre da irgendwie überhaupt nichts dran verbessert worden? Oder... Bin ich doof? Egal. Wird schon gut aussehen. Was ist das für ne Musik eigentlich? Cool. Ultimate. Und jetzt Sonic Adventure 3? Oder... Baby Sonic Keychain. Und mehr in-game Sonic-Movie-Content. Man kann echt als Movie-Sonic jetzt Sonic-Colors spielen, als er lieb war real. We are so excited to announce Sonic Colors Rise of the Wisps. Is the first of some short-form animations... Ach so. Ich dachte schon jetzt Sonic Colors 2, was zum Krieg, Rise of the Wisps? Was? Ist ja kommende Wack gewesen. Aber die meisten sind immer cool. Machen wir mal Sonic Stimme, Roboter? Machen wir mal Sonic Stimme? Ich freu mich auf Sonic Colors Ultimate tatsächlich. Ich hab Sonic Colors nie durchgespielt. Es trifft sich ganz gut. Sonic's gonna save! He's a cake, buddy! Herein. Gerade zeigen die... Sonic Colors Cartoon. Es kommt ein Sonic Colors Cartoon, aber nur zwei Folgen raus. Neue Spiel wurde noch nicht gezeigt. Aber das sieht cool aus. Ich mag ja die Eid-Adimension. Alter! Das war auch in so einem League. Haben die schon gesagt, dass so eine Sonic Mega Collection kommt? Mit ganz viel Sonic Daskan. Aber hä? Sonic 1 gibt's ja schon auf der Switch. Sonic 2 gibt's schon auf der Switch. Also war's jetzt krass daran so? Kommt Sonic 3 auch? Oh, nein! Sonic 3 auch mal wieder. Sonic 3 wurde noch nie re-released. Sonic Mania und Team Sonic Racing sind jetzt auf Amazon Luna. Hä? Juckt jetzt den? Ich hab noch nicht mal von Amazon Luna gehört, du? Playstation Now, Alter. Wie seh ich aus, als wenn ich 60 Euro auf für Playstation Now bezahlen muss. Das ist ja so. Das ist ja so. Piraten Sonic Dash? Ja. Same, aber Piraten Sonic einfach. Piraten Tails. Ähm. Tänes. Was? Oh! Cool! Das ist okay, aber... Hast du's mal gespielt, die Sonic 4 sehr? Das war cool. Ich hatte damals Spaß damit. Äh. Race as a classic character in a classic car. Hä, was ist das? Äh, Apple Arcade. Wieder für dich. Für so Apple Rich Kids einfach. Wie unfair. Ah, hier. Sonic Prime, das ist die neue Netflix-Serie. Sieht aus wie ein Ei. Sieht aus wie ich damals. Ja. Ja. Mit Platze einfach. Ja. Und ein bisschen Schild. Ja. Dass mein Schild sich ausbaut und mein Kopf wieder normal wird. Äh, eigentlich wird. Ja. Ja, normal wird. Normal, dann kommt das jetzt nicht normal. Jetzt, also voll komisch. Komisch. Ja. Ich kann jetzt Sonic Adventure 3 kommen, sonst hab ich 5 Minuten unnötiges Material auf meinem Handy. Pardin, da gibt's ja noch jetzt 5 Minuten diese Nintendo Sonic Direct. Wenn die jetzt keine Prelude zeigen, dann enttäuschen. Die sollen jetzt mal ein bisschen was von Sonic Prime zeigen, das soll nächsten Sommer rauskommen. Experience Moments of Self-Discovery and Redemption. Sonic Self-Discovery. Sonic macht so ne richtige Teenager-Phase durch, wo ich sie selber einfach finden muss und so. Add a later date. Add a later date, neue Information. Warum bist du dann überhaupt hier, Eierkopf? Im Match, weil jemand trägt das unironisch einfach. King Ice. King Ice? Wer trägt das denn unironisch? Encyclopedia from Dark Horse. Diese Encyclopedia ist cool. Nein. Du Hugensohn. Das ist so unnötig. Und das wurde so ein Sonic-Shirt. Also wenn's das jetzt war. Wir haben nicht... Wann will denn das neue Spiel rauskommen? Das letzte Spiel kam vor 4 Jahren. We are not done yet. We are not done yet. Alright Izuki-san, let's see ya. Was kommt jetzt? Neues Spiel. Sonic Witcher 3. Imagine. Oh shit. Diese Ausdeckung. Oha. Krasse Grafik. Könnte ich mir so einfach schon kaufen? Ja. Schon Bock. Yo, was zum Teufel? Was passiert da? Das sieht doch viel... Die Grafik. Was geht bei der Grafik? Das sind einfach echte Bäume. What the fuck? Sieht schon krank aus. Und jetzt? Das war's. Das war's. Das war's. Kein Gameplay, kein nix. Ich mein... Hä? Das war's. Vor 4 Jahren, 2017 kam das letzte Sonic-Spiel raus. Und das ist alles? Die zeigen nur so ein CGI-Trailer, wo man keine Ahnung hat, worum's dem Spiel geht und überhaupt keine Story in nichts. Man sieht halt nicht mal Sonic, man sieht so nur seinen Unterkörper. Ja, man sieht ja nicht mal sein Gesicht. Echt? Aber die Grafik ist schon geistenskrank, Alter. Das ist richtig krass. Junge, die Grafik sieht einfach aus, als wäre das echtes Leben. Und wie boostet der da? Voll komisch. Das sieht echter aus, als würde das wieder so in einer echten Menschenwelt stattfinden und nicht in so einer Tierwelt. Das sieht ernster aus. Aber... Das war's? Hä? Bruder. Das ist ja einfach so, als würde man sagen, so, übrigens wir arbeiten an einem Spiel. So, hä? Ja, wussten wir ja schon. Ja. Jetzt no shit, sag doch zumindest irgendwas zu dem Spiel. Wow, Alter. Heftig. 10 von 10. 1 von 10. 10 von 10.